Lasst die Finger von Venezuela. Oh Mann, ich hätte ja gesagt, ich würde hier einen totalen Kulturschock haben, wenn ich es nicht genau so erwartet hätte. Alleine die erste Stunde vom Grenzübergang und die ersten Impressionen, die hätte man komplett live ständen können und es wäre keine Minute langweilig geworden. Deswegen berichte ich das nun hier frisch und live. Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Die Reise beginnt in Cucuta. Cucuta ist sozusagen das Gorlitz von Kolumbien. Also mit dem Unterschied, dass es immerhin die siebtgrößte Stadt des Landes ist. Aber es liegt so am Ostend und von da aus kann man dann über eine Brücke rübergehen ins östliche Nachbarland und genau das habe ich auch getan. So ziemlich alle Informationen, die ich im Vorfeld bekommen habe, sind falsch gewesen. Man darf sich nicht auf Kolumbianer verlassen. Ich war jetzt in der Annahme, dass es so 20 Kilometer Radius eine grüne Zone ist, wo man ohne Ausweis, ohne Stempel einfach so ganz unkompliziert rüber kann. So ist es ja auch in Ciudad del Este in Paraguay. Und dann habe ich mich also vom Taxi rüberfahren lassen. Im Hotel habe ich angefragt, die wollten 45.000 Peso. In Uber sind es 15.000 Peso. Da sage ich, Leute, lasst gut sein. Ich fahre mit Uber. Und so bin ich dann eben für, ich sage mal, 4 Euro bis zur Grenze gefahren. Die 20 Minuten, der Fahrer war auch nett. Und jo, dann bin ich ausgestiegen. Von allen Seiten kommen die Leute an, wollen mich da über die Grenze geleiten oder was auch immer. Das habe ich dann freundlich ignoriert. Lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken. Und so geht es dann über diese Grenze, über das Niemandsland herüber. Und von allen Seiten kommen die Leute an und jeder will was von dir. Ich habe ja schon die Leute in Kolumbien, in Santa Marta als aufdringlich empfunden. Naja, seit heute weiß ich, wo die das gelernt haben. So komme ich dann zur Grenze von Venezuela. Und jo, wird erstmal von der Polizei umringt. Und die wollen irgendwas von Visum. Ich sage, was für ein Visum. Ich will da nur hier in das Sanatonia-Dorf rein. Ich will gar nicht weiter. Ja, ja, aber trotzdem brauchst du ein Visum. Wenn du die Grenze passierst, dann ist das mit Visum. Ja, ich habe einen deutschen Reisepass. Das ist genug Visum. Nee, du brauchst ein richtiges Visum. Ich sage, ich brauche einen richtigen Kaffee. Ich habe nicht gefrühstückt. Könnt ihr mal versuchen, mich hier nicht aufzuhalten? Dann, ja, dann drei Leute sich da konsultiert und sich meinen Ausweis angeguckt. Mit dem Ergebnis, dass ich auf die andere Straßenseite gehen soll zur Migration. Wo ich mir sage, ja, was auch sonst. Da müsst ihr mir jetzt nicht zehn Minuten aufhalten und was von Visum labern, wenn ich da hinten einfach nur einen Stempel bekomme. Dann gehe ich also rüber auf die andere Seite. Und für, ich sage mal, eine Viertelstunde warten. Das war noch human. Als ich endlich drankomme, ein Gitter, kleines Glasfensterchen, das ungefähr so auf Brustwarzenhöhe, dass ich mich da immer so bescheuert nach vorne bücken musste, als wollte mich da einer von hinten decken, dass ich überhaupt mit dem Typen halbwegs sprechen kann. Er, Maulkorb auf, Koronimaulkorb. Wer bitteschön trägt 2024 noch einen Koronimaulkorb? Das ist dann immer so die Höchststrafe, akustisch gesehen. Wenn da jetzt ein Gitter ist und eine Scheibe, jemand Spanisch mit einem Akzent spricht, noch einen Maulkorb vor dem Mund hat und außenrum hast du Verkehrslärm. Ich so, Typ, ich verstehe hier gar nichts. Kannst du mal versuchen, normale Spanisch mit mir zu sprechen? Das versuche ich doch auch. Und ja, El Ombre, El Ombre, ja, ich bin ein Ombre. Schön, dass ihr hier nicht gendert. Was willst du von mir? Kann ich da jetzt bitte ins Land rein? Ich hätte gerne so einen Stempel. El Ombre, El Ombre. Da habe ich realisiert, dass der Typ, der vor mir dran war, hat da irgendwas vergessen oder so, oder? Und ich den dann angebrüllt, dass er zurückkommen soll. Und ja, dann war ich auch selber dran. Und er meinte, er müsste mein Hotel wissen. Ich sage ja, da hinten, Tropical, hatte ich mir ausgesucht. Das sah ganz nett aus. Das hat eine gute Lage. Ja, das müsste ich aber bestätigt, müsste ich das zeigen. Nicht so wie bestätigen. Die haben keine WhatsApp, die haben keine E-Mail, die sind nicht bei Booking. Das ist 800 Meter von hier. Ich wollte einfach reinlaufen und buchen. Nee, das müsste ich jetzt alles schriftlich vorzeigen. Ja, geht aber nicht. Dann hat er das Thema abgehakt und sagt übrigens, wo ist dein Ausreisestempel von Kolumbien? Ja, nix Ausreisestempel. Ich reise nicht aus. Ich komme ja wieder. Ich will hier einmal nur über die scheiß Grenze in das Dorf da rein. Und ich komme in drei Tagen zurück. Wo ist denn das Problem? Wenn ihr mich nicht haben wollt, dann sagst du doch einfach. Nee, das wird ja so nicht gehen. Ich müsste den Ausreisestempel holen. Meine Fresse. Latsche ich halt wieder zurück. Hatte dann auf der anderen Seite des Flusses, also das ist ein Rinnsaal, dieser Fluss. Das ist ja nicht mal ein Bach. Und auf der anderen Seite hatte ich auch wieder vernünftigen Internetempfang. Das Hotel, wo ich hinwollte, das konnte ich nicht buchen, weil die sind ja nicht bei Booking. Habe ich ein anderes gebucht für 10 Euro. Das ist das einzige Hotel, was bei Booking verfügbar ist für dieses Dorf. Ja, da war wieder alles richtig freundlich. Habe meinen Stempel bekommen und der war richtig nett. Und sage ich, ja, ich bin in drei Tagen wieder hier. Alles gut. Und Flug von hier nach Medellin und von Medellin nach Domreb habe ich auch schon alles. Ich will da nur mal so drei Tage rüber und einmal wieder zu Ela gucken. Und den ganzen Weg wieder zurück an der Schlange eiskalt vorbei. Habe da schon genug gewartet. Also, hier bin ich jetzt. Hier ist der Stempel und da habe ich das Hotel gebucht. Ja, das müsste er aber prüfen. Er müsste das Hotel anrufen. Ja, mach doch. Und dann habe ich ihm erklären müssen, dass die Buchungsnummer von Booking eine Buchungsnummer ist und keine Telefonnummer. Er fragt mich da dreimal nach der Vorwahl. Ich so, was ich hier für eine Vorwahl habe. Ist das deine Stadt oder meine? Auf jeden Fall ist das die Buchungsnummer. Den kannst du anrufen, wie du willst. Dann kommst du nicht ans Hotel. Die Telefonnummer, die haben sie gar nicht angegeben. Ist doch nicht meine Schuld. Leute, kann ich bitte dieses Glant rein? Dann müsste ich wieder Ewigkeiten warten. Und er sagt ernsthaft, dass jetzt der Besitzer von dem Hotel, was ich für 10 Euro gebucht habe, vorbeikommen müsste mit einer Papierbestätigung, dass ich wirklich dieses Hotel gebucht habe. Da kriegt darauf gerade erst mal einen Schluck Polar Bier. Sylvester Polar. Empfehlung von Markus. Aber ist lecker. Und ja, hast du noch eine halbe Stunde gewartet, bis der Besitzer vom Hotel ankommt? Um das zu bestätigen, dass ich das wirklich gebucht habe und dass Booking sich da keinen Scheiß ausgedacht hat. Was stimmt mit den Kommunistenländern nicht? Ernsthaft. Ich habe jetzt, das ist das 76. Land, was ich bereise. 76 Länder auf dieser Erde. Und davon 26 Latino-Länder. Und die einzigen drei Länder, wo es Stress gab, das ist Kuba, Nicaragua und Venezuela. Das sind die Scheiß-Kommunisten-Diktatoren. Ey Leute, versteht ihr selber nicht, dass alle aus euren Ländern raus wollen und nicht rein wollen? Warum macht ihr das so kompliziert? Bin doch jetzt schon froh, wenn ich hier wieder weg bin. Okay, also irgendwann war das dann eben fertig. Ich habe einen Stempel bekommen. Und nachdem ich natürlich noch fleißig Videos gemacht habe von der Situation für den YouTube-Kanal, hat er sich da auch nochmal so rechtfertigt, entschuldigt und sagt, ja, er macht die Gesetze ja auch nicht. Das sind eben Vorschriften, an die er sich selber halten müsste. Ich sage, ja, ich sage doch das gegen dich persönlich. Und ich finde die Gesetze auch total gut und ich respektiere die alle. Ausweis her, ich gehe jetzt da rein. Stellt euch vor, da ist dann so eine Art Torbogen oder so ein Portal, was dann eben nochmal die offizielle Grenze ist. So eine drei Meter lange Mauer mit einem wirklich kleinen Durchgang. Das hatte so etwas Mittelalterliches, als würdest du so ein altes Stadttor durchgehen. Und auf der Seite von Kolumbien hin, der erste, zeig, hast du auch einen Stempel in deinem Ausweis? Ja, habe ich gerade bekommen. Das war gar nicht so einfach. Hier ist mein Stempel. Ich gehe die drei Meter da durch, auf der anderen Seite, ey, zeig den Ausweis. Ich sage, Leute, ich habe den vor drei Metern gerade gezeigt. Kommuniziert ihr irgendwie miteinander? Was strahle ich denn aus, dass ich alle paar Meter meinen Ausweis sehen wollte? Ich möchte dabei betonen, die Leute, die sind freundlich. Das kommt jetzt von mir ein bisschen robust rüber. Nee, nee, nett sind die schon. Da will ich jetzt gar nichts sagen. Aber einfach so, das ist Racial Profiling. Das ja die Grünen immer kritisieren. Zum ersten Mal hat es für mich einen Sinn ergeben. Alle anderen können da in beide Richtungen durchlaufen, wie sie lustig sind. Ja, aber der Weißte wieder, ne? Ja, zeig mal alles, ne? Komm, ja, komme ich auf der anderen Seite, also des Torbogens an, bin jetzt wirklich in Land drin, in San Antonio. Und von allen Seiten fallen sie dich wieder an, wie die Mücken beim Mondschein, ne? Und ich sage, Leute, ich will doch da einfach nur rein. Ich will die 800 Meter zu meinem Hotel laufen. Das Hotel, was ich gebucht hatte, das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Das hatte ich jetzt nur so pro forma gebucht. Ich wollte ja schon wieder stornieren. Na, ich bin jetzt doch hier, weil die die Mühe hatten, wegen mir zur Grenze zu kommen. Also, hätte mich ja auch mitnehmen können, wenn sie hier schon mal dahin fahren. Aber, naja, komm, bin ich dann eben doch zu diesem von mir gebuchten Hotel und nicht das, was ich mir eigentlich vorher ausgesucht hatte, in der besseren Lage, was man nicht online buchen konnte. Läuft dann also die 800 Meter, gucke erst mal, wo ich hier einen Kaffee kriege und was zu essen, gehe an den ganzen Leuten vorbei, lächle und winken, lächle und winken. Jeder wollte was von mir. So, dann sehe ich mir also dieses tolle Stadtzentrum an von San Antonio, Dorfzentrum. Also ein Wendekreis. Und ich sage, was ist hier jetzt? Und hier willst du jetzt drei Tage bleiben? Nicht wirklich. Wie war das mir? Das ist so eine abenteuerliche Grenzstadt und da sind voll die vielen Kneipen und da ist so richtig was los und die vielen Geschäfte. In meinem geistigen Auge hatte ich so einen Film gesehen von diesen tschechischen Schwarzmärkten direkt hinter der Grenze. Da sind wir so in den 90ern, 2000ern dann immer so zum günstig einkaufen und günstig essen und so rübergefahren. Da waren direkt hinter der deutschen Grenze auf tschechischer Seite dann immer so viele Bars, gutes Essen und Billig kaufen und so. Aber das war das zu meinem geistigen Auge gar nicht. Es ist einfach nur ein versüftes Kaffee, wo ich es los esse. Toll, schön, dass ich hier bin. Ja, habe dann eine Pizzeria gefunden. Da hatte ich zumindest das Gefühl, dass die dort Veggie essen für mich haben und ja, nicht dieses andere undefinierbare Zeug. Na, überhaupt. Ich hatte mir dieses Hotel dort auserkoren, weil da viele Restaurants sind. Diese Restaurants, das ist ja nicht mal eine Imbissbude. Das ist ein Kiosk mit ein paar Empanadas. Und ja, die Pizzeria hat auf mich einen guten Eindruck erweckt. Ich habe mich erst mal hingesetzt, Kaffee getrunken, während meine Pizza gebacken hat und Zigarre geraucht. Und die Leute total lieb. Das möchte ich noch ein weiteres Mal unterstreichen. Die Leute sind echt nett. Selbst die Aufdringlichen. Ich sage ja nicht, dass sie dabei unfreundlich sind. Und, ne, auch wenn sie irgendwie helfen wollen, das ist mir nur einfach zu viel und ich wage das nicht. Habe mich also draußen hingesetzt auf die Plastikstühle, ein bisschen das Treiben beobachtet und Zigarre geraucht. Kommt ein Polizeimotorrad mit zwei Personen. Das ist hier üblich, dass auf dem Motorrad zwei Personen von der Polizei sitzen. Und, ne, springen beide ab. Dass die mir kein Maschinengewehr für den Kopf gehalten haben, war auch alles. Und Ausweis zeigen. Ich sage, Leute, das ist jetzt das dritte Mal in 15 Minuten, wo ich meinen Ausweis zeigen muss. Was strahle ich denn aus? Polizist hat sich mit Handschlag vorgestellt. Mein Ausweis angesehen, ich nochmal auf dem Stempel gezeigt. Den hat er selber nicht gefunden. Ich meine, das ist jetzt auch irgendwie nicht naheliegend, dass auf der letzten Seite mit Stempeln der letzte Stempel, der von hier ist. Nee, 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 nee. Wahrscheinlich ist der Stempel irgendwo mittendrin oder letzte Seite nochmal extra. Habe ich ihn mit dem Finger auf dem Stempel drauf gezeigt. Guck mal, der ist gerade 15 Minuten frisch. So. Er sich bedankt und ach, willkommen in Venezuela und schön, dass du hier bist. Ich sage, ja, ich fühle mich super willkommen. Er sich nochmal per Handschlag verabschiedet. Ich frage dich, wie oft hatte ich einen Polizist in Deutschland bei der Ausweiskontrolle oder von mir aus bei der Führerscheinkontrolle mit Handschlag begrüßt und verabschiedet? Also vielleicht habe ich Erinnerungslücken, aber das war dann auch eher selten. Ja, ich rauche meine Zigarre weiter, komme dann mit den Leuten von der Pizzeria ins Gespräch. Drinnen die Pizzeria, rechts daneben ein, nennen wir das mal Kiosk. Offensichtlich eine Familie, die gehören zusammen. Eine Tankstelle haben sie auch noch. Das bedeutet, dass dort eine 1,5 Liter Plastikflasche steht auf einem Plastikhocker festgebunden am Plastikhocker und dann dort Motorräder vorbeikommen, die dort mit einem improvisierten Schlauch-Konstruck dann dort tanken können. Ja, also wie man sich Venezuela eben vorgestellt hat. Strom war nicht durchgehend verfügbar, ne, der Pizzeria-Bäcker-Chef ist dann immer wieder mal rein und wieder raus und wieder raus und wieder rein und hat dann draußen den außenliegenden Sicherungskasten da so mit der Hand immer rumgefummelt, nachher auch mit dem Schraubenzieher. Das war sehr, ähm, vertrauensentrückend. Ja, und weiterhin mit den Mädels da gesprochen, also mutmaßlich die Tochter von den Pizzahirsch und wo man eine Reiseroute vorgestellt. Mittlerweile bin ich ja wirklich fit im Spanischen, kann mich mit denen auch gut unterhalten. Ja, ob das denn eine echte Zigarre aus Kuba wäre, ist ja echt. Die Echten, die haben sie mit der Wadda gestohlen. Das hier ist so ein 50-Cent-Scheiß, äh, gefakt, aus Kolumbien. Kann ich halt mitarbeiten, ne, aber ne, muss man sich nicht drauf einbilden. Ich brauche die gerade nur einfach, um hier runterzukommen von dem ganzen Chaos. Die kurioseste Situation war dann die Katzenlady. Da kommt eine Frau an, definitiv über 60, mit einem Bauchladen, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Bauchladen, vielleicht so einen Meter breit, in der Länge dann, äh, 30, 40 Zentimeter und tief 10 Zentimeter. Und darin eine völlig ausgehungerte Katze. Und die andere Katze hatte sie so auf der Schulter drauf. Und läuft dann damit, äh, zitternd, mit einem schielenden Blick auf mich zu. Das hast du in so manchem Horrorfilm, hast du das schlechter gesehen, ne? Hab ich übrigens gefilmt. Weißt du, das hab ich sogar live, die Situation, ne? Er so, was ist das jetzt? Will die jetzt verungerte Katzen verkaufen, oder was, ne? Also, die Frau war nicht zu verstehen gewesen. Eine völlig surreale Situation. Ich greife in die Tasche und gebe ihr dann, äh, so die zweieinhalbtausend kolumbianische Peso, die ich noch einstecken hatte. Das entspricht ungefähr einem Stundenlohn. In Kolumbien, nicht in Venezuela. Also, ich denke, das ist für eine, ich sag mal, Bettlerin, ist das jetzt relativ großzügig. Nicht, dass die gehen würde. Die ist dann auch so zwei Minuten vor mir stehen geblieben. Ich so, ja, und jetzt? Denkst du, ich geb dir noch mehr, oder was? Und ich will auch keine Katze kaufen. Wo soll ich mit den Viehchen? Soll ich das nachher im Flieger mitnehmen nach Medellin, oder was, ne? Ja, ich mag Katzen, mag ich wirklich. Aber ich geb dir was zu essen, aber geh einfach weiter. Was soll ich denn jetzt machen, ne? Pizza drinnen, war lecker. Hälfte gegessen, Hälfte mitgenommen. Mach ich mittlerweile immer so. Übrigens, es gab nicht mal kleine Pizzen, weil da war die Auflaufform war weg. Die haben nur Mittel, riesengroß und gigantisch. Ich sag, komm, die große, die reicht mir auch. Da hab ich zwei Wahlzeiten von. Ja, hab mich dann eben freundlich verabschiedet. Ich hab den da 50.000 hingelegt. Kolumbianische Peso, das sind 12,50 Euro, 13 Euro. Und sag, komm hier, das sind jetzt 30% Trinkgeld. Und ihr seid so nett zu mir und danke fürs Wi-Fi. Und super, das ist so mein Willkommensgeschenk für euch. Ja, ich schlendere zu dem Hotel, was ich dann über Booking gebucht habe. Guck mir noch mal diese Kneipenstraße an, wo dann die ganzen Restaurants sind. Da ist nix. Unabhängig davon, dass so 12 Uhr mittags auch nix zu erwarten wäre an offenem Nachtleben. Aber da wird auch abends nix sein. Das ist einfach nix. Das ist ein Dorf. Geh meines Weges. Findet zumindest noch eine schöne Kathedrale an diesem Hauptplatz. Komm jetzt zu meinem Hotel an. Gasa Kolonial. Ist auch ein schöner Gutem. Bin der Hohmann. Hab hier über Booking gebucht. Ach ja, Hohmann top. Genau. Der das Schloss an der Grenze hatte. Ist ja schön, dass du da bist. Das finde ich auch schön. Ja, bitteschön. Das macht dann 14 US-Dollar. Dann geht mir, okay, 10 Euro, 14 US-Dollar. Das ist jetzt nicht der vorteilhafteste Kurs. Aber ja, hab ich dann in Kolumbiano Peso bezahlt. Und kaum hat sie das Geld, sagt sie auch übrigens. Ich sag, was übrigens? Ja, übrigens, wir haben da gerade so ein Thema mit dem Kraftwerk. Wir haben keinen Strom. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Ja, wir haben keinen Strom, wir haben kein Licht, wir haben keinen Beifall, wir haben keine Klimaanlage, wir haben keinen Ventilator. Mö, das brauche ich jetzt auch nicht. Das wird völlig überbewertet. Ich wollte hier sowieso nur von Luft und Liebe leben. Von heißer Luft und Liebe. Ach, Töckchen. Ja, weil unser Kraftwerk ist kaputt. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, in Wehen zu erinnern. Überhaupt nicht. Absonsten ist das alles ganz nett hier und es ist wirklich so ein kleines Kolonialhaus. Es hat grundsätzlich, hat es Charme, was auch immer man für 10 Dollar erwarten kann, oder 10 Euro, drückt sie mir noch so einen Kulturbeutel in die Hand mit Fernbedienung und Klimaanlagenbedienung und sagt, ja komm, nimm ruhig mal mit, falls wir heute noch irgendwie Strom bekommen sollten. Also ich selber glaube ja nicht dran. Er so, du, mach dir keine Mühe, ne? Ist zumindest euer Bier da im Grünschrank noch halbwegs kalt. Und dann sagst du, nö, eigentlich nicht. Ist doch, komm, geht trotzdem her. Ja, dann habe ich ein lauwarbes Bier getrunken und nach nur einer Stunde ist dann hier tatsächlich der Strom zurück und auch das Wi-Fi. Und das sind dann so meine ersten Impressionen von Venezuela. Hier funktioniert nichts. Aber die Menschen sind trotzdem nett und glücklich. Morgen fahre ich dann doch weiter zu diesem San Cristobal. Das ist so knapp eine Stunde. Ist hier die Hauptstadt von dem Departamento, also von dem Bundesstaat, wollte ich eigentlich nicht hin, weil das jetzt nicht so spannend aussah. Aber langweiliger als dieses Dorf kann es dann auch nicht sein. Also ich werde weiter berichten, was es hier aus Venezuela dann auch gibt. Aber auf jeden Fall war das schon mal ein interessanter Einstieg. In diesem Sinne, lasst die Finger von Venezuela. So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pora wieder. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Also, wir haben das hier in der ganzen Dinosaurier. Wir wissen, was wir jetzt hier in der ganzen Dinosaurier, aber auch bei uns hier, ist es nicht komplex. Also, wir sind die Dr. und Grund geg perhaps. Oder noch besser, dass wir uns hier in der ganzen Dinosaurier und geflogen haben.